Jawoll Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy 9 Ja, im letzten Part haben wir Quina bekommen Und in diesem Part werden wir zu Gizamalukes Grotte gehen Gizamalukes Grotte? Meine Fresse So Dann wird ja mal gespannt, was hier auf uns wartet Gizamalukes Grotte Ach, also epische Musik wieder Was ist hier vorgefallen? Was ist passiert? Bist du verletzt? Ich bin es, Seele Sieht schlimm aus Wer sind diese... Wer haben alles in der Welt, sind diese Schwarzmagier Leute wie ich? Mit dir hat das nichts zu tun Baby, es waren deine Leute? Unmöglich Aber am meisten sorge ich mich um das Wort des Königs Wir müssen uns sputen Kitty, was hast du nur an so einem geflächten Ort verloren Los, folgen wir ihr So, und jetzt werde ich erst mal Sidan mit der Arsene Lupin Dings ausrüsten Guckt euch mal an, wie weit ich für Sidan schon an Dings gekriegt habe hier Wer bist du denn? Hey, bist du in Ordnung? Du bist keiner von diesen Schwarzmagiern Richtig? Richtig, wir sind auf deiner Seite Meine Zeit ist gekommen Nimm diese Glocke und Eile zum Königreich Die Schwarzmagier raubt uns auch unsere kostbaren Glocken Nehmt euch in Acht vor ihnen Beeilt euch zum Palast und beschützt deine Majestät Hey! Alles klar, überlasst es uns Gibt's denn mal Luke Glocke erhalten? Uh, dann... Wir sind auch Monster, aber... durchaus kommen doch keine Erstmal läuten... Beide Glocken läuten im Einklang Der eigene Glocke zerfällt im Staub Töten! 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 Ah, Zohn und Zohn, Alter Wer ist das? Frag ich Noch nie gesehen, sag ich Doch, er ist uns schon mal irgendwo begegnet, sag ich Wirklich? Frag ich? Ich kenn ihn nicht, sag ich Auf jeden Fall sollten wir ihn auslöschen Was sollten wir, sag ich? Oh, jetzt gibt's mein Schwarzmagier auf die Fresse Aua, Leute Der ist vielleicht schon mal tot Ey, ein Schlag, der ist tot, ne? Oh, wie süß! 72 hat er dort abgezogen Spür dran! Okay, wir ziehen auch nur 170 ab, aber... sich und erstes Stop bitte Äh, OHA 600! Also es ist unterschiedlich wie sie zuhaut 12.000 haben wir jetzt schon wieder... boah ey... Wahnsinn, ich war mindestens während des Trainings, 3x oder 4x einkaufen Hilfe, er ist ein ganz brutaler, nichts wie weg! Töten! Pass mal auf, du Klärstricher! Zeig dir gleich mal, wer hier wen tötet! Hier siehst du erst dran, ne? Hat dir jetzt voll viel gebracht, pass mal auf! Dann ist gleich mal Kina bei den an und dann war's das! Kritisch! Boah, Kina, das war jetzt aber dumm von dir! Hier, du kriegst Feuer ab, du Penner! Oh, jetzt ist er dran, jetzt ist er dran, jetzt macht er uns rund in den Brustlenker! Na, süß! Jetzt ist Feierabend! Ich finde, es sieht geil aus wie der Umfeld! Und wieder ein Kampf für uns entschieden! Und Vivi hat auch fast Level 15 erreicht! Nice, 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 nice! Gibt's einmal luke Glocke erhalten? Jetzt ist die Frage, nehmen wir die große Tür oder eine von den rechten oder links? Ich glaube, wir nehmen die große! Die Glocke zerfällt, äh, staub, bla 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 bla! Boah, war richtig! Oh weh! Oh weh, mein Geliebter! 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 Hey du Mori, was ist denn passiert? Oh weh, mein Geliebter! Mein Geliebter, ihr Geliebter ist in dieser großen Glocke! Und er kommt da nicht mehr raus, Kubo! Der Ärmste, wir sollten ihm allein Hilfe leisten! Wir wurden hier gerade frisch getraut, Kubo! Dass wir wirklich von den zwielichtigen Gestalten überfallen worden sind! Wie konnte das nur passieren, Kubo! Aber diese riesige Glocke bekommen wir nicht so einfach vom Fleck! Allerdings! Oh weh! Hm? Hm, 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 hm! Ähm, richtig vielleicht etwas streng? Du, 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 du! Hast du, hast du etwa diese, diese, eine seltene und teure Kubo-Nuss bei dir? Ja, ich habe sie in Blindenblumen bekommen! Würdest du sie mir vielleicht geben? Ja, nimm sie doch! Oh, vielen, vielen herzlichen Dank, Kubo! Boguta, 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 hier ist eine deiner Leibspeise, eine Kubo-Nuss! Ich liebe Kubo, das ist ein Kubo! Moguta, aber wo willst du denn hin? Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank! Moguta! Fisch verheiratet und schon läuft er ihr davon! So, jetzt können wir die schwarze Tür nehmen, aber wir nehmen auch gleich die schwarze! Aber da hoch gehen sollten wir nicht, da sind extrem starke Gegner! Vielen Dank nochmal, Kubo! Nein, ich weiß jetzt nicht! Äh, er schmeckt... Noch einen Augenblick! Grupo! Nimm das hier als Zeichen meines Sankes Und bringen wir doch wieder ein paar Nüsse vorbei Kupo Ich glaub mir doch, den Speicher haben sie auch nicht umsonst hingepackt Wenn man da hoch die Ranke hochgeht, dann ist Dann ist das Schweigen im Walde, Leute Weil die Monster da oben sind echt heftig Vielleicht sagt euch das Monster Tatzelbum ja bestimmt was Ey, Rosara in Billo Form Ey, viel keiner wieder, was ist das für eine Scheißviele Und ja, die sind für so gerüstet, ey Was heißt das? Oh oh Darf ich das auch mal wieder? Dankeschön Alter, wie oft darf denn die an... ... rankommen? Ey, dein Angestall ging mir auf den Sack, pass mal auf Ich sag, das war's Scheiß... Scheißvieh Das ist Pissvieh, ey Hat das Scheißvieh Nerven, ey Meine Fresse Also... Ach, Mann Und bis dahin, Leute, hier machen wir jetzt erstmal Pause Ich bedanke mich für's Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin, tschau Tschau